Uli Simmer, Mobilitätsstadträtin. Wir sind heute auf der Donauinsel und gehen gemeinsam, weil gehen einfach auch eine wichtige Fortbewegungsform ist und deswegen haben wir Links der Donau für Initiative vom 22. Bezirk ganz viele Gehwege, wo man schöne Erholungsräume miteinander vernetzt und einen davon werden wir heute begehen und natürlich dazwischen auch irgendwo einkehren. Lido geht ist ein Projekt von Floridsdorf und Donaustadt. Lido steht für Links der Donau und wir setzen uns natürlich in der Mobilitätswende auch dafür ein, dass eine der umweltfreundlichsten und ressourcenschonendsten Mobilitätsformen, nämlich das Zu-Fuß-Gehen, ausgebaut wird und gefördert wird. Einerseits haben wir einen Aktionsplan aufgestellt, wo wir noch Gehwege verbessern müssen und andererseits werden wir dann auch diese Verbesserungen in einem Programm aufnehmen und umsetzen, gemeinsam vielleicht mit dem Klimaministerium, weil auch da gibt es Förderungen und die wollen wir uns als Bezirke Donaustadt und Floridsdorf abholen. Das sind oft ganz kleine Maßnahmen, Fußwegeverbindungen, wo noch Lücken sind, zu schließen oder auch mehr Banken aufzustellen an Schattenplätzen, damit auch ältere Leute, die viel mehr zu Fuß unterwegs sind als Junge, dazwischen auch einmal rasten können, um auch Strecken gut bewältigen zu können. Hallo, mein Name ist Benjamin Schulz, ich bin Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat und wir befinden uns heute hier auf der Copa Beach, eine Veranstaltung Lido geht, das heißt links der Donau und heute besteht innerhalb von zwölf Stunden die Möglichkeit, Floridsdorf und auch die Donaustadt zum Runden zu begehen, denn Fußgehen ist wichtig, umweltfreundlich und tut vor allem den Körper gut. Lido geht, der zwölf Stunden Wandertag hier Donaustadt, Floridsdorf, links der Donau geht was weiter und wir gehen alle. Kein Tag wie jeder andere Lido Wandertag für die Donaustadt, für Floridsdorf und als Sprecherin der Fußgänger bin ich wirklich glücklichst, dass wir heute so einen Tag durchführen und wir werden weiter dranbleiben, die Sache ausbauen, denn Mobilität ist ein wichtiger Faktor auch fürs Zu-Fuß-Gehen, um die Leute zu motivieren, unsere ureigenste Form der Fortbewegung und daher, super geht's und schaut euch diese Natur an.